Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zum Wahlheim Community Projekt. Heute befinden wir uns auf den schwarzen Bildschirm. Ne, wir kriegen gleich einen Ladebildschirm. Wir gehen heute wieder mal den Hasco besuchen. Der Verrückte, der mittlerweile 1800 noch was Stunden in Wahlheim hat. Ne, 2800 waren es, ne? 2184. 2184, er weiß es haargenau. Hallo Hasco, schön dich zu sehen. Hallihallo zusammen. Und schön mal wieder hier zu sein. Jo. Komm, und du brauchst jetzt irgendwie eine neue Rüstung oder was? Nö, nö, ich hab aber eventuell... Warte mal, was fehlt in mir. Ich hab eine Hose und eine Jacke. Äh, das reicht ja prinzipiell, ne? Na gut. Das reicht ja prinzipiell. Hier hab ich dann auch noch was zu speisen. Hast du was gegen Kälte? Ja, so ein Wolfsmandel hat mir Bock gegeben. Ja, ist doch schon mal gut. Hahaha. Wird's kalt heute? Wir haben nämlich nochmal hier oben zu meiner kleinen Burg hoch müssen. Ja, gerne. Drachenburg. Oh, das klingt spannend. Ah, die kennst du ja schon eigentlich, ne? Warte. Kann ich was sagen, wenn ich's sehe? Ah, ihr spawnt erst mal das ganze Zoll? Beim letzten Mal war halt dicker Nebel hier, ne? Ah, ja. I remember so langsam. Cool. So, wo geht's hin? Das einzige ist halt hier, den Rüstung, das hab ich neu gemacht hier, ne? Warte mal, bei mir wird's noch nicht angezeigt. Ui. Du musst wahrscheinlich erst laden, oder hast du irgendeinen Mod? Ah, ne, jetzt sind sie da. Ja, geil. Ich hab keine Mod, ne. Brauch ich nicht. Cool, auch mit diesen Steinbögen hier oben drin. Das fetzt. So, los geht's. Du hast ein Ei geklaut. Ich hab' ein Ei geklaut. Stell das Ei wieder hin, du Dieb. Du Eierdieb. Ist wieder, ist wieder da. Läuft die Aufnahme an. Läuft. Hier müssen wir einmal wieder hoch. Jo. Den Turm selber kennst du ja. Jo. Obwohl, mit der Beleuchtung, das hab ich jetzt neu gemacht, hier ringsrum. Mit den schönen Schlüsseln, ja. Ah, ja. Kleben die außen? Oder sind die unten? Ne, die sind unten drunter. Okay. Dann müssen wir mal hier runter. Alter, Frau Waldoch. Ist das schon wieder geil? Damals ging der Weg ja bloß bis hier hin, ne? Ja. So, der ist ein bisschen verlängert jetzt. Okay. Hi, Agent Betty. Und hi, Gita. Grüße. Das ist, Karl. Castle is amazing. Yeah, it is. Oh. Ah, ist das hell. Ah, ist das hell. Wahnsinn. Ich... Wahnsinn. Sonnenbrille. Das ist da harmlos. Ist das hier mal ein schöner Ausblick nach unten? Ja. Mit dem neuen Haus, was da unten steht. Geil. Das ist mal eine neue, ähm, Wellnis-Oase. Oh. Oh. Dann laufen wir gleich runter. Wellnis klingt gut. Ich stehe auf Wellnis. Ja. 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 Ich auch. Seit Mai oder so, ne? Läuft das Projekt schon. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Parts auf YouTube mittlerweile da sind. Das geht schon in Weichen. Ja, ich hoffe, so seit zehn Wochen oder was, um den Dreh, ne? Müht müsste sein. Ja, zehn Wochen, aber mal zwei, weil es kommt ja nur alle zwei Wochen. Also läuft es quasi schon seit 20 Wochen. So ungefähr. So, ich folge dir. Der Kleine im Käfig, der ist halt neu reingekommen hier. Das haben die, das haben die großen Burgen hier alle mehr oder weniger und hängen Käfig, ne? Und das ist Shallowen da drin, weil er so oft immer stirbt. Vor allen Dingen, jetzt hast du mal die Treppe von oben da unten und dann kann man gut erkennen, warum ich immer die Richtung gewechselt habe, ne? Ja. Ja, ist mal was anderes. Sonst geht man ja immer von unten nach oben, wie bei Brockform. Ja, lache, ich habe die Treppe ja auch von oben da unten gebaut hier noch. Aha, okay. Ja, das ist cool. Dann erkennt man dann auch, warum, ne? So kann man das auch machen. Eieieieieieiei, alter Verwalter. Was erwartet uns denn hier? Hahaha. Was erwartet uns denn hier? Shit. Warte, ich versuche mal einen coolen Screenshot zu machen. Ja, das ist cool. Das ist also die neue Wellness-Oasso. Guckt's euch an, Leute. Hier gibt's Speis und Trank. Als gäbe es kein Morgen mehr. Ja, Jodend. Also für eure leibnische Sohle, eure Wohlwärtigkeit gesorgt, ne? Geil. Hi Volker, Grüße. Schön mit Grill hierbei. Ähm, der Shallowen schreibt, du sollst mir mal vors Schienbein treten. Nein, mach mal nicht. Geil, das war jetzt, äh, der untere Bereich. Ja, ja, nach oben kommen wir gleich mit einem Portal. Ja. Weil ich mir da die Treppe gespart hab, bin ich stabilisiert hier noch. Ah, okay. Hier hab ich mir so einen kleinen Weihnachtsbaum, ne? Hahaha. Was ist denn das, Alter? Fürs ganze Jahr, ne? Hahaha. Hahaha. Okay. Der ist echt hell. Hahaha. Wie viel sind das insgesamt? Oh, keine Ahnung, Gerd. Die hab ich nicht mehr gezählt. Fetzt aber. Achso, du hast die auch so, äh, stehen die auf dem Stein oder was? Oder wie? Oh, der. Sorry, du musst noch mal sagen, der, äh, der Volker hat so laut gerübst. Ui, ne, sag halt, dann ist also wie eine Pyramide aufgebaut jetzt hier, ne? Ah ja, okay. Das ist echt cool. Danke dir, Volker. Für elf Monate. Wahnsinn. Geil. Und hier ist schon wieder dieser geheimnisvolle Trompetenspieler. Ah, da hinten seh ich ein Portal. Aber das ist hier echt schön gemütlich. Das gefällt mir. Hier mit dem roten Teppich. Hier sitzt dann wahrscheinlich die höhere Gesellschaft. Ja, je nachdem. Mal gucken. Nicht der Pöbel. Nein. Ah, hier auch noch mal fest, mal Tafel. Oh, das ist cool. Hier oben gibt es doch bloß Getränke und halt hier die beiden Wannen hier und Ruhebereich dahinter. Geil. Achso, hier hast du wieder mit so Vorhängen gearbeitet. Ah, hier hast du eine Kiste. Ah, ja, die Kisten sind von beiden Seiten drin und man kann also das Feuer auch nicht befeuern dann halt. Ah ja. Ah, das ist cool. Oh, hier schön mit Bettchen. Oh, hier würde ich gern Urlaub machen. Ehrlich. Meine bisherigen Besucher sagen, ja, ich soll das Dach so hochlassen hier. Ja, unbedingt. Normalerweise wollte ich noch eine Zwischendecke einziehen, aber... Nö, das macht viel, ja. Durch Deck lassen wir sein. Auch mit diesen großen Fenstern. Das ist schon cool. Gefällt mir. So, warte, ich guck mal kurz hier raus. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Okay. Du solltest nicht mehr durch Schnee kommen. Mir ist hier zu kalt. Ich geh wieder rein. Ja, das Dach ist mega geil. Wenn du hast hier immer in Wellenformen gearbeitet. 45? Naja, immer abwechselnd. Ah. 32 waren es. Nee, 26. Schwimmen dort. 26. Schwimmen dort. Geil. So, wo bist du? Na, Ort, hier raus. Ah, ja. Buuuuh. Genau. Okay, da ist ein Jager-Tee hier. Ah, das ist, hat echt Atmosphäre mit diesem Schnee. Das ist schon schön. Ja, gut, sag mal, ohne Schnee wäre die Aussicht schöner, ne? Ja, kann man jetzt nicht ändern. Das ist Wahlheim. Immer, wenn man in Wahlheim was zeigen will, hast du entweder schlechtes Wetter oder es ist dunkel oder es greift eine Horde an. Ja, auch dann, obwohl, sag mal, hier ist alles relativ nahrungssicher. Krass, ey, wie lange du allein für die Treppen gebraucht haben musst. Hier ist so, ah, hier ist eine Werkbank drin, oder was? Ja, klar, sicher. Cool, es sieht aus wie irgendwelche Fenster, so alte, äh, mittelalter Fenster. Krass, da ist der Läden. Das ist nachher hier bei den großen Hüten, habe ich auch hier die Steinmeerz mit drin verbaut, ne? Ja. Oder die kleinen sind halt, aber nur die Werkbank, generell. Ah, ja, geil. Krass, ey. Das hört gar nicht auf. Ja, ja. Also, es gibt heute noch genug Treppen. Zum Glück habe ich meine Stöckelschuhe nicht an. Das wäre ja furchtbar. Ja, das wäre ein bisschen hinderlich, ja. Aber den Schnee haben wir gleich hinter uns. Boah, krass, ey. Ich hätte gar nicht die Geduld, so lange Treppen zu bauen. Und du musst da, da hast du ja wahrscheinlich auch immer mal Booten anpassen müssen, ey. Oh, hier ist was. Hier liegt was. Da ist eine Kohlepfanne runtergefallen. Oh. Wo kam er denn her? Gute Frage. Von rechts. Ja, aber ich habe einer von den Drachen, der hat abgeschossen hier. Hast du die Stufen mal gezählt? Ähm, nicht unbedingt, ne. Das ist dann die Aufgabe für... Ach, ja, ich habe da gerade was eingesammelt von dir. Von der Kohlepfanne. Aber jetzt habe ich das. Muss halt ich alles aufheben, weil ich weggeweiße. Da kommen wir durcheinander mit den Zehen. Ne, das ist die Aufgabe für die YouTube-Zuschauer. Also, liebe Leute, alle, die die Stufen... Äh, die die Folge sehen. Oder ihr könnt... Ihr könnt ja mal schätzen. Ja, und dann gehen wir mal hier durch. Ihr müsst halt immer Pause drücken, dann abzählen. Pause drücken, abzählen. So machen wir das. Ja, nur, er geht da unten runter bis zum Hafen eigentlich schon noch. Das ist ja dann noch mehr Stufen. Ich sehe die doppelt. So, dann sind wir wieder hier. So, hier bist du der letzte Mal schon einmal durchgegangen. Ja. Und hast ja einmal geliehen es gehabt, ne. Ja. Heute kannst du ganz sehen. Gottman schreibt, hi Gottman. 900, äh, 9876 Stufen plus eine halbe, weil schief gebaut. So. Ja, da schauen wir mal. Ja, hier ist schön am Lagerfeuer. Schön warm. Jupp, jupp. Äh. Kannst du mal aufmachen. Danke. Der Tor ist auf. Ja, irgendwie, äh, hängt, entweder hängt heute Wahleim oder gibt's schon wieder Serverprobleme. Ja. Oh, das sieht fett aus. Am besten läufst du mal fort und gucken, was du sehen willst hier. Ähm, gibt's hier ein Bett irgendwo, wo wir schnell schlafen können? Wegen, weil es hier so dunkel ist und ich glaube, im Hell... Ja, ja, komm mal mit. Jo, ich komm mal mit. Ach du Scheiße, das hat er schon wieder gebaut, was? Er ist verrückt geworden, Leute. Er ist verrückt geworden. Nein, das kann gar nicht sein. Hier eine kleine Schmiete drin. Ja, das ist aber bloß ein Professorisch hier, ja. Ja. Ihr kommt ja später mal in den großen Hafen hin, der auch komplett überdacht wird. Okay. Ich weiß ja nicht, wie groß das nächste Boot wird, ne. Da warte ich, da warte ich erst mal ab. Echt irre. Ach, der Balkon ist ja geil. Naja, lass mir erst mal pennen und dann kannst du dir mal hell noch von draußen und kringst rum angucken. Jo. Wir haben schon Bettchen hier unten stehen. Ach, schön. Oh, sogar große Bettchen. Ist das vergeben? Ne. Ja, doch. Kannst du nehmen. P-Dies Bett steht da. Der P-Di. Oder die P-Di. Aber du kannst mir ja rein... Komm mal mit. Oh, jetzt gehen erst die Lampen an. Äh, ich hab hier oben noch ein Bett. Okay. Aber bete ich schon mal hier. Dann ratz du mal hier. Oh, schön. Ich lege mich mit den Moten hin. Gute Nacht, Hasco. Schlaf gut. Genau. Ich hab mich voll zugedeckt. Ich seh mich gar nicht mehr. Das ist immer schön. Ja, es war ja auch kalt oben im Schnee. Muss man sich ja mal vernünftig zudecken. Ja, ja. Hier ist die Hälzung an. Passiert nix. So, äh, wie find ich denn jetzt wieder zu dir? Hierdurch, ne? So, gucken wir uns das Ganze erstmal von außen an, oder? Aber sicher, dass... Strahlt denn die Sonne schon wahrscheinlich nicht, ne? Ach, ein bisschen dies, ich hab's uns gehedet. Dies. So. Dann spielst du falsch halt wieder, wie immer. Okay, äh, wat gucken wir uns als erstes an? Ah, wat du willst. Ja, wollen wir mal rüber über diese komische Brücke da, die da so lang ist. Was heißt hier komisch? Ich meine mit komisch, äh, nicht, äh, nicht merkwürdig, sondern komisch im Sinne von... Wer ist so verrückt, äh, so ne Brücke da hinzubauen? Ja. Ah, du hast hier so ein Glasbaustein unten reingesetzt. Das ist cool. Jupp. Oh, geil, warte mal. Ach, dann hab ich halt hier unten eine Stufe drin, damit ja keine Gegner reinlaufen können. Scheiße, ich brauch hier... Ja, so ist gut. Krasser Shit, äh. Schön mit dem Nebel im Hintergrund. Ach so, die Gegner bleiben da echt hängen, wirklich? Ja. Das ist ja cool. Ich auch... Ich auch übrigens. Das ist halt so eine kleine Sicherheit hier drin. Fenrir ist begeistert. Er ist schon... Er plant schon, das nachzubauen. Überhaupt nicht. Das kann er machen. Ich hab da für die Woche schon mal nachgebaut. Das ist ja kein Problem. Ach cool, hier mit dieser kleinen Insel. Das hat was. Ah, da hast du auch noch so ein Signalfeuer. Oh, Reh. Ich wollte dich jetzt nicht ins Wasser hüpfen. Bleib ruhig. Was ist denn das hier, was hier so rausragt? Ach, ist nur ein Ast. Sagt gerade aus wie sonst was. Das ist schon ein Ast, ja, ja. Aber das Reh ist ganz... Das ist ja für meine Schifffahrtsroute. Wenn du die Karte anmachst, du hast die ja schon mal aufgemacht, ja. Ja, warte. Dann ist hier... Dann ist hier halt auf der Seeseite. Das sind ja so kleine Punkte. Und diese Punkte, das ist halt praktisch hier meine Schiffsrouten zwischen den einzelnen Basen. Okay. Dann kann ich auch hier bei Nebel fahren, ohne mich zu verfahren. Okay. Das ist wie so eine Seekarte. Guckt mal. Das ist echt krass. Dass du da überhaupt durchblickst, ey. Das müsstest du mal eigentlich als Thumbnail machen. Guckt euch das an. Der Typ ist irre. Kann gar nicht sein. Der Typ ist einfach nur irre. Wahnsinn. Was zum Geiler. Ja, und hier geht es in einen riesen Turm, oder was? Ja. Auf die Türe kannst du zumachen. Hier dürfte kein Wächter sein. Ah ja. Ja. Dass das Reh nicht reinrennt, ne? Ja. Reh darf hier rein. Boah, schön, wie die Sonne hier durch das Schwarzholzzeug strahlt. Finde ich super. Wow. Das ist geil. Das hat romantische Atmosphäre. Oh, hier hat es kurz geruckelt. 15 Meter. Ach. Du hast hier sogar markiert, wie hoch es geht. 19 Meter. Das ist cool. Alter, ich kriege ja einen Drehwurm. Das macht nichts. Uiuiuiui. Du hast, du hast echt ne Macke, Hasco. Wirklich. Nein. 35 Meter. So, warte, jetzt bin ich hier auf halber Etage, wahrscheinlich. Ja, das ist halt, weil ich hier Dach brauchte, weil die außen immer kaputte gegangen sind hier. Ah, okay. Das ist cool. Dann hab ich halt ein bisschen Vorbock gemacht, damit ich ein bisschen Dach drüber kriegte hier. Ja, cool. Sonst muss man hier zu viel reparieren. Ja. Sehr schön, ne? 39 Meter. Ich krieg einen Drehwurm. Das sagst du jedes Mal. 51 Meter, ey. Wahnsinn. Aber jetzt ist doch der Baum zu Ende, oder? Nee, noch nicht ganz. Ich sehe keinen Baum mehr. Ja, pass mal auf. Wir sind gleich auf der nächsten Ebene, da sind wir genau über dem Baum. Hier oben sind die Zweige halt kürzer hier in dem Bereich. Ah ja. Deshalb reichen nicht nur so weit hier rein. Alter. Das ist doch irre. Das ist doch noch irre. So, hier sind wir jetzt über der Kiefer. Ah ja. Also so knapp, knapp einen Meter drunter hört die Kiefer auf hier. Krass. Da geht's doch noch höher. Du willst mich doch verarschen. Sicher geht das hier höher. Alter. Was zur Hölle ist das? Was so eine krasse Dachkonstruktion. Und schön auch mit den gekreuzten Balken. Also Dachoberkante ist 90 Meter. Hier ist nochmal ein Außengang, oder was? Naja, hier kommt's auch ein Dach drauf. Ah, Dach 98 Meter. Ah. Und wenn du gegessen hast und genug Ausdauer hast, können wir hier oben gleich runterspringen. Ja, warte. Ich schau kurz. Ist also wichtig. So. Sollte passen. Ja, warte. Ich guck aber erst nochmal von hier oben alles an. Ja, kannst du gerne machen. Alter, Verwalter. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Okay. Hahaha. Dann ein kleines bisschen Anlauf. Ja. Hahaha. Ich hab schön Screenshot gemacht, wie du gerade runterhüpfst. So. Anlauf. Hui. Hahaha. Ach, geil. Also Wasser ist tief genug dir. Geil. Die Möfe ist auch runtergeflogen und voll ins Wasser. Die kam von da oben runter gerade. Hast du die mitgenommen? Na, die ist mir hinterher geflogen. Ja, kann jeder sagen. Wirklich? Ich hab die nicht vorher mit Brotkrumen gefüttert. Nein, nein. Oder warst eben ein Fisch eingefangen unterwegs? Ja, Fisch hab ich prinzipiell immer in der Hosentasche. Er hat mir Glocki gefahren in... Heimlich, als wir mit nebeneinander geschlafen haben, hat er mir einen ollen Fisch reingesteckt. Also, in die Hosentasche. Die Sache, hier hab ich auch noch, sag mal, auf jeder Seite so Fluss liegen hier. Ja. Weil ich die Brücke teilweise mit Fluss gebaut hab hier. Ja, das... Damit ich nicht jetzt mal um die ganze Insel rumschippern musste, hab ich von beiden Seiten Fluss hier. Ja, das hab ich damals auch so gemacht. Am Anfang von Staffel 2, als ich diese Mini-Brücke da im Wald gebaut hab. Da hab ich das auch so gemacht. Ah, hier diese kleine Hängebrücke ist auch geil. Also, nicht Hängebrücke, ihr wisst schon. Wie nennt man das? Na, Brücke halt. Holzbohlenbrücke. Holzbohlenbrücke. Dieterbohlenbrücke. Hier haben wir den Bootsverleih hier. Ja. Ah! Hier liegen also die Boote hier nochmal auch für Fortgeschrittene, die Kleinen halt hier für die Anfänger, ne? Hier kann man auch mal ne Karve mieten, Leute. Und... Ja, genau. ...auch ein Langschiff. Die Sache vor allen Dingen, hier geht normalerweise die Schiffstour nach Avalon rüber. Krass, ey. Die Schiffstour nach Avalon. Schön auch mit den Blumen hier außenrum. Finde ich super. Ja, das war auch eine Menge Arbeit, die ich alle gepflanzt hatte hier. So, wollen wir uns mal das Gebäude anschauen? Ah ja, können wir erstmal draußen rum rumlaufen? Wir waren ja vorhin nur zum Schlafen drin. Genau. Also das mit den Blümchen hier draußen, finde ich super. Das hat was. Ja, ein bisschen Grünzöcks muss ja auch sein, ja. Ja. Hier haben wir auch eine kleine Sitzecke hier. Sitzecke? Ja. Hier haben wir auch die Surtlingkernen drin, sonst hätten wir auch Feuerwerte machen können hier. Aber hast du heute schon eins gehabt? Sitzecke. War der Wabbel hier zu Besuch? Nee. Ich hab auch so eine Sitzecke. Da ist praktisch der Rauchabzug von der Küche hier. Ah, okay. Das ist geil. Und authentisch auch wieder. Brennholzverleih hast du gelesen. Und die Täpfe. Genau, und die Täpfe. Wahrlich. Blöd, dass das hier schon wieder so weiß neblig ist. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Und er sagt, er sagt, ich hoffe, dass er im Gebäude jetzt kein Nebel ist hier, in dem Sinne. Ja, wir schauen mal. Dann schauen wir mal. Eine Residenz, oder wie nennt man das? Ja, das war ein Sommerhaus hier. Nur ein Sommerhaus, okay. Nur ein Sommerhaus, so. Gucken wir mal hier rein. Ach, du hast ja ne riesen Couch gebaut, oder sowas in der Art. Das ist ja cool. Jupp. Das fetzt. Kann man sich ja richtig entsetzen, wie es sich so gehört. Geil. Schön. Oh Gott, da geht wieder die FPS im Keller. Sorry, Leute. Hier schon? Ja. Boah, ey. So, hier kommen wir in den Küchenbereich rein. Jo. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wo hattest du vorhin diesen Abzug? Der nach draußen führte. Hier. Hier hinter. Ah. Das ist einmal das Fenster und gleich daneben ist der Rauchabzug. Ah ja, cool. Keiner Shit. Hier geht es zur Speisekammer rein. Oh. Hier auf den Wildschweinköpfe. Ehrlich. Oh Mann, ey. Hier kannst du dich wirklich... Bist du Prepper? Ja. Kannst du wahrscheinlich... ...ne ganz, 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 ganz lange dich ernähren? Ja, das reicht ja. Cool. So, dann hier die kleine Speisetisch hier. Oh, ho, 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 ho. Boah, komm, wir setzen uns mal hier hin. Ich nehme mal den Platz. Eine Festtafel. Hier soll noch keine Vogel. Genau. Ja, noch geht's mit der FPS. Aber wenn du sagst, hier schon, dann bedeutet das, dass es hier Bereiche gibt, wo noch mehr FPS in den Keller gezogen werden. Na, wenn wir in den nächsten Bereich reinkommen sollten, wenn wir da die Zeiten schaffen, könnte das etwas eng werden, ja. Das mit den Betten hier finde ich auch eine übelst coole Idee. Das hat so einen Kuschel-Effekt, ne? Ah ja, klar. Hier hinten auch noch so eine kleine Sitzecke. Sehr cool, ey. Echt schön. So, hier habe ich mein Beidezimmer. Hui. Hui. Ach, sowas hätte ich auch gerne im Keller. Ja, in Natur hätte ich das auch ganz gerne, ja. Ah, das ist schon schön. Fett. Okay. So, hier warst du hier schon mal eben drin. Genau. Lass doch mal das einzelne Gästezimmern anhalt hier noch. Super. Schick, schick. Hier auch nochmal schöner Balkon. Ah, das ist der? Nee, das ist nicht der. Den da haben wir gesehen von außen. Naja. Den Balkon von außen, dann ist jetzt mal hier der eine kleine, ja. Genau. Cool. Ich mag das sehr. Riesige Villa, ey. Oder wie er sagt, kleines, kleines Ferienhaus. Ja, das ist eigentlich dann hier mein Dominic Ziel. Ah. Da kannst du auch noch mal aus dem Balletzimmer runtergucken hier. Ach so. Ja, cool. Alter. Wie du da die Geduld hast, den ganzen Kran zu bauen, ist echt irre. Oh. Jetzt geht's hier unten in einen geheimen Bereich, oder was? Hier geheim ist natürlich auch nicht ein. Dann ist hier oben ein Mystic Raum. Der Mystic Raum? Oh. Okay, das ist echt krass. Ach du Scheiße. Okay. Das ist echt heftig. Krass. Aber cool. Ah, hier hängt sogar ja Klut. Ja klar. Der gehört ja bei den Schmerzern bei dir. Schönes Ding. Ein Nölzki, grüße dich. Und vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Alter, aber ja, es ruckelt schon wieder ganz schön. Versteh ich nicht. Verstehst du nicht? Wo geht's bei dir denn nicht, oder was? Nee. Braucht nix. Komisch. Das war, wenn ich die F2 anmache hier. Ich hab also 25, 27 FPS hier. Also, keine Probleme. Ich habe jetzt hier auch, warte mal, hier hab ich jetzt wieder 18. Jetzt hab ich noch 11, weil ich hier aktiviert ist. Aber hier hinten. Macht ja nix. Warte mal, ich geh nochmal kurz hier hinter. Ja, eigentlich geht's noch. Eigentlich geht's noch. Ja, na gut. Ich sag, das ist hier oben halt hier Waffenkammer. Ich schmiede. Ah, guckt's euch an. Wir werden die geheimnisvollen Waffen hergestellt, die das Böse des Waldes niederschlagen. Ja, geil. Eieieieieiei. Hier ist auch nochmal ein schönes Bettchen. Ach nee, das war... Nee, hier waren wir vorne schon, ne? Genau. Oder? Täusch ich mich grad. Irgendwo. Ja, hier hab ich doch vorne geschlafen, oder? Ja, ja. Komm mal mit, dann geht das hier hoch. Warte mal, wo bist du denn jetzt hin? Hier, hier, hinter dir. Hinter dir. Hier, hier, bin da. Ihr geht zum Turm hoch. Zum Turm. Oh Gott. Aber leider nur mit Hobbeltreppen. Ja, ich liebe ja diese Hobbeltreppen. Äh, Trepfen. Ja, das ist so dieses jetzt hier. Ja, das ist heute schade. Aber kann man halt nicht ändern, ne? Ne. Das ist nochmal Waleheim. Da muss man halt wieder in den Bettern zurechtkommen. Hat ja trotzdem Atmosphäre mit diesem Nebel. Ah jo. Schön. Schwuppdiwupp. Äh, Alter. Da kommt ein Raid. Hennes. Vielen Dank für dein Raid. Herzlich willkommen, Raider. Hallihallo zusammen. Schön, dass... Ey, jetzt hatte ich grad... Guck mal. Wenn ich hier durchgehe, hab ich kurz... Warte, ich kurz... Katze. Jetzt nicht mehr. Was habt ihr denn gespielt, ihr Lieben? Äh, warte mal. Ich hab dich verloren. Hey, Alter. Da kommt ja hier noch ein Raid. Kefas Raid. Da kommt ein Raid. Geil. Hennes und Kefa kommen hier reingeraidet. Herzlich willkommen. Jo, herzlich, herzlich willkommen. Wo bist du denn jetzt? Da unten. Alles klar? Unten. Und ein Treppenhaus. Wir Wahlheimt habt ihr. Sehr schön. Ja, wir Wahlheimen hier auch. Also zumindest, äh... Im... Im Sinne des Wahlheim-Communities-Projekts. Was aller zwei Wochen stattfindet. Indem ich meine Zuschauer besuche. Und, äh... Ja, ich hatte... Wollen wir noch... Achso, wir sind jetzt schon wieder rausgegangen. Wollen wir noch kurz pennen? Ich glaube, es wird grad dunkel. Vielleicht ist am nächsten Tag kein Nebel mehr. Das kann man machen, klar. Dann gehen wir noch mal schnell rein. Sorry. Ich habe kein Problem. Ein Bettchen hast du hier. Freaky Frankie. Hi. Schön, dass du da bist. Sei gegrüßt. Äh, war das Bettchen war jetzt... Ich musste hier... Nein. Hier oben und dann rechts. Hoch und rechts. Ja, ich nehme... Ich nehme eins hier unten wieder. Jo. So, gute Nacht, Hasco. Gute Nacht. Ich bin wieder komplett zugedeckt. Ein bisschen über dem Kopf. Gut, dass wir getrennt schlafen. Hör ich dein Schnarchen nicht, ja. Ja, Leute. Moin, moin. Schaut mal rein bei Käfers Welt und Hennes. Die lieben Spielen auch mal heim. Also, wer Bock auf Valheim habt, schaut unbedingt mal dort vorbei. Lohnt sich. Jetzt warte, jetzt muss ich erst mal wieder... Ist der Nebel weg? Sieht so aus, glaube ich. Äh, ich habe mich schon wieder verlaufen. Zum Treffen raus. Andere Richtung. Jetzt zu mir. Genau. In dieser Richtung bist du richtig. Brock, schön, dass du da warst. Erhol dich schön. Schlaf gut. Und gute Besserung weiterhin. Ein bisschen diesig ist es trotzdem noch. Aber jetzt baut sich erst der Turm auf da oben. Krass. Frankie, danke für deinen Follow. Es ruggelt ein wenig, aber es ist noch aushaltbar. Kai. Dann ist so ein kleiner Fußweg hier durch die Bäume. Oh, warte mal ganz kurz. Das sieht ja richtig geil aus jetzt mit dem Morgenlicht. Übelst fett, Alter. Also die Scheiben, die sehen gerade alle blau aus, weißt du? Ja, ist der blau belöscht hinter. Ach so. Du Fuchs. Sag mal, ich suche mal noch eine bessere Position für den Screenshot. Aber ich glaube, ich kriege es nicht besser. Doch. Doch, kurz auch noch. Man muss ja den Moment nutzen. Das Momentum, weißt du? Weil jetzt gerade das Licht so schön war. Herrlich. Echt krass. So, das ist hier quasi der Baumkronenpfad. Ja, da habe ich einige Beine pflanzen müssen hier, damit ich hier so ein bisschen hier durchkam. Ach so, du hast sie hier quasi wieder gepflanzt. Muss ja ein bisschen Halt haben. Ja, klar. Kommt, hä? Ja, kommt hier noch eine Brille. Alter, ist das krass. Ja, je. Hier war der Boden relativ flach, als ob ich die Brücke schon bequem bauen konnte. Ich mache ja schon wieder übelst wie Screenshots. Ah, das ist echt, äh, finde ich, sieht brutal aus mit diesen, mit diesen Balken, die 26 Grad abgehen und dann direkt 90 Grad nach oben. Sieht fett aus. Ja, das ist ein kleines Baumhäuschen hier. Ein kleines Baumhäuschen. Aber bloß das Nötigste eigentlich drin, weil ich das nicht überladen wollte. Ja. Wo ist das Metfass, wenn du sagst, das Nötigste? Ah, cool. Ja, hier habe ich, also Metfass könnte man noch hier reinbauen, klar. Nee, alles gut. Also hier könnte man also auch pennen, ne? Ja. Kleine gemütliche Philosophie-Ecke. Hier kann man philosophieren. Ah, schön, ey. Von dir aus kannst du auch schön auf das Gebäude nochmal drunter gucken. Ja. Echt nice. Krass, ey. Ja, Leute, sowas baut man eben, weil man über 2000 Stunden Wahlheim gespielt hat. Ah, herrlich, wie die Sonne aufgeht. Danach schafft hier immer eine Werkbank und Schmiede ein bisschen eingebaut noch hier. Jo. Wie man hier alles reparieren kann. Das ist cool. Die ganzen Kohlepfannen ist jetzt schon wieder nur die Hälfte gebaut. Musst leider noch ins Bett und erst Hunde-Runde, Käfer. Vielen Dank nochmal für deinen Raid. Und knuddel dein Hund von uns. Und dann schlaf schön. Ich dachte, hier kannst du komplett auf die Insel rumturnen. Hier sind überall Werkbänke verstärkt. Auch wenn du hier so hoch guckst hinter dir, da hängen ja auch die Werkbänke unten unten. Ach, hier? Das ist ja geil. Die sind hier einfach verbaut. Cool. Gute Idee. Echt nice, da liegt Holz im Wasser. Ist hier auch was kaputt gegangen? Ja, kann sein, dass irgendwas runtergefallen ist hier. Haben zu schmieren. Beleitend, keine Krautzeuge durch die Gegend hier. Naja, die Praktikanten. Genau. Ach so, Hennes, das ist, der Zuschauer heißt Hasco. Ähm, weiß nicht. Den Namen müsst ihr wahrscheinlich kennen. Kennt ihr wahrscheinlich. Ja, bin ja auch bei dem. Ach so. Also Hascomo. Bei Twitch heißt er Hascomo. Bei, als YouTube-Zuschauer heißt er Hasco. Natürlich wolltest du keinen Hasco annehmen, dafür hat er den Boden eigentlich noch nicht dran gehangen. Walheim ist ein Dorf, ja. Äh, bin ich jetzt falsch abgewogen? Ne, du bist da vorn. Ne, normalerweise nicht von hinter mir, bist du so richtig. Ja, ne, ich hab wieder auf den Chat geguckt und... Aber mal jetzt hier... Jetzt ist es so rot. Das ist auch abgefahren. Jedes Mal, wenn ich an diesem Gebäude hier vorbeigehe, kann man hier einen anderen Screenshot machen, weil das... Das Walheim-Licht-Licht-Effekt-Ding-Sie ist... Äh, jetzt hab ich dich doch verloren. Hahaha. Oh man, du bist... Treppe nach unten. Ja, ich seh aber kein... Ach, hier ist die Treppe. Hahaha. Jetzt kommt's hier nochmal so rot. Äh, das ist echt geil. Also wie gesagt, hier könnten wir jetzt mit dem Boot rüberfahren. Ja. Aber ich hab noch ein Portal noch, äh, da stehen. Dann können wir uns die Bootsfahrt sparen. Dann können wir vielleicht noch was anderes gleich auch noch sehen. Ja, wir haben noch so 15 Minuten, haben wir noch circa. Äh, da wird's halt letzte und nicht mehr sehen. Aber das ist, wie gesagt, das Projekt geht ja noch eine Weile. Ich glaub, die größte Knaller, die kommt schon so am Schluss hier. Hahaha. Was sind hier also noch so die kleinen Knaller? Das macht man mal so nebenbei. Hier ist schon wieder dieses wahnsinnige Rehe. Ja, hier sind die Walrehe. Hahaha. Das sind da... Das sind da... Das sind da die Tiere. Ja, Torwagen, das mal Heimdorf eben. Was sind das für Geräusche? Weil oben überscheuere drüber sind. Ah ja. Gar nicht zu knapp, ne? Das muss ja... Das muss man ja auch von Weitem sehen. Boah, das da vorne sieht ja auch mega fett aus. Ja, das ist mein Avalon. Ach, du Scheiße. Die Brücke, die leuchtet im Dunkeln halt auch, ne? Genauso wie die ganzen Bögen an der Mauer da hinten. Ah, du hast ja diese Schlüssel wieder verbaut. Ja, da sind auch überall die Schlüssel drin. Krass. Echt irre. Ah, hier sind überall... Die Sörtlinge drin. Die Sörtlinge drin, krass. Hahaha. Ah, das hat was mit diesem großen Innenhof hier. Das hat irgendwie was. Das ist geil. Ja, hier passt ich hier oben auf die Burgenmauer drauf, ne? Ah, das... Kann man also ringsherum laufen. Abgefahren, ne? Ey, die Brücke leuchtet ja echt krass. Ja, Sachen dann halt auch wild, aber wir gräben ringsherum, ne? Ja. Die hat sich so gehört. Trolli fragt, wie oft du den Boss gelegt hast, äh, für die, äh, für die Menge von Schlüsseln. Ja, die, die, die Schlüssel hab ich mir spawnen lassen. Ah, ja. Das wird, das wird uns zu viel. Also kann, Trolli, du kannst da die einmal übers Creator-Menü spawnen lassen, die Schlüssel. Würde ich aber auch machen, also, wenn man bedenkt, wenn man bedenkt, dass Hasco, das Hasco an sich so, alles, was er hier an Baumaterialien und so, ähm, für diese ganzen Projekte zusammen gefarmt hat, also, das farmt er ja wirklich, das lässt er sich ja nicht spawnen, sondern das, das farmt er ja wirklich. Wie gesagt, ich kann euch noch mal ganz, ganz kurz die Karte zeigen, damit ihr mal seht, wie Hasco so arbeitet. Der, der hat sich hier so Seewege gemacht, ähm, überall alles markiert, Dungeons, Kupfer und, also, ihr seht, der Mann, der spawnt nicht einfach sich irgendwelche Gegenstände, sondern er, er baut tatsächlich von Hand alles ab und ist organisiert, wie, äh, wie es, die die Karte so von sich gibt, ne? Und da kann man sich, wenn man so, wenn man so viel Zeit investiert und Mühe investiert, kann man sich auch mal so ein paar Schlüssel spawnen. Ah, das ist cool, ja. So, willst du noch eine Runde laufen oder sind wir nicht gerade? Nein, wir gehen, wir gehen jetzt praktisch hier vorne rein. Ah, okay, ach so, das sah jetzt hier so identisch nochmal so aus, das ist verrückt. Ich bin verwirrt. Ich sag halt, ich hab hier also vier Türme, bei dem einen hab ich ne Schmiede drin, bei dem anderen hab ich ne Werkstatt drin, bei dem anderen hab ich Büsche drin und bei dem anderen Turm hab ich halt Becken drin, ne? Ach, das ist cool, sowas wollte ich nochmal in Conan Exiles bauen. Also so, äh, in der, in der Form. Aber, äh, das war mir dann doch ein bisschen zu umständlich. Alter. Naja, du, ich merk schon, du merkst, äh, du magst es gern hell. Ja. Genau. Ja, der Raum, der hier drunter ist, ist natürlich schon noch ein Highlight hier. Okay, warte mal, Hennes schreibt gerade, er hat's mit ein paar Leuten aus dem Chat innerhalb von sogar zwei Stunden knapp 1000 Schlüssel gefarmt. Das kann man auch machen und fetzt bestimmt auch als, als Trieben-Event. Äh, warte, wo bist du jetzt hingegangen? Ah, hier oben. Ja, hier oben auch. Stimmt, ich muss mal wieder meinen Dings ausmachen. Ja, ja, auf den Türmen brauchen wir hier bloß einen, weil die Türme oben alle gleich sind, normalerweise. Ja, geil. Ah, die Brücke, die mag ich. Wird die gern, äh, wenn du weißt nicht, wie spät es ist hier auf dem Server, ne? Jetzt würde ich gern mal im Dunkeln sehen. Das sieht bestimmt alles mega fett aus. Ja, vielleicht wird's da bald dunkel. Ich glaub, die Sonne geht unter. Wir haben ja vorhin erst geschlafen. Also vorhin. Vor 20 Minuten oder so. Viertelstunde. Ja, vor 10 Minuten, glaub ich so. Ich hab halt einmal gegessen gehabt hier. Das könnte dann so hinkommen. 180 Mal der Ohralte. Ja, der Ohralte geht ja auch, ne? Der ist jetzt... Der ist seit, äh, seit, äh, Earth and Home, ist er eigentlich für mich, äh, einer der leichtesten Bosse. Ja, dann hab ich halt hier seine Küche. Neben Eikt hier. Die ist wirklich schön. Schön, schlicht, einfach, alles dabei. Ja, oder? Hat er auch den Kamin nach außen hin rausgebaut. Ah ja. Cool. Ja, stimmt. Macht doch Sinn. Und trotzdem überdacht. Sehr cool. Oh, jetzt wird's wirklich dunkel, Leute. Jetzt können wir gleich den ganzen Shit mal, äh, im Dunkeln betrachten. Und ich glaube, uns werden die Augen rausfallen. So, hier geht er dann ins Heiligsturm. Ach so, Hennis, du hast den Ohralten... Boah, Alter, krass. Okay. Heftig. Du hast den Ohralten gespawnt. Zehnmal gleichzeitig. Na, das ist dann bestimmt total mega lustig. Oh, allein der Tisch. Wie lange hast du denn da gebraucht? Äh, an dem Tisch bestimmt so zwei, drei Stunden. Minimum, ja. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Was ist nur mit euch los, Leute? Das ist fett, ey. Das ist echt fett. Und auch überall schön dekoriert. Ach, das sind ja sogar die Steinstühle alles, ne? Das ist cool. Die war oder die Eiver. Grüße dich. Herzlich willkommen. Vor allen Dingen die Decke. Das war auch schon eine Herausforderung. Alter, jetzt muss ich auch mal gucken. Wie hast du das mit... Du hast wahrscheinlich erst die Eisenträger gebaut, ne? Ich hab mich doch langsam nur umgebaut. Sag mal, Reihe für Reihe. Alter, Verwalter. Das ist echt irre. Warte, ich muss nochmal hier auf den Tisch hüpfen. Und dann diese Steinbögen. Oh, ey. Das ist ja echt irre. Geil. Ich hab mal irgendwo so eine ähnliche Decke gesehen. Ich glaub, ich könnte mal versuchen nachzubauen. Aber hat noch ganz gut geklappt. Ach so, du hast den nicht über... Ach, man kann die Bosse gleichzeitig zehnmal am selben Altar beschwören. Das wusste ich gar nicht. Doch, das geht. Das ist ja interessant. Das müssen wir auch mal ausprobieren, Leute. Hier nochmal Bettchen. Ach so, jetzt ist es auch bald dunkel. Dann gucken wir uns nochmal die Brücke an. Ah, das mit diesen, äh... Mit dieser Feuerstelle außen find ich super. Und dass du halt trotzdem von innen, äh... Rankommst zum Kochen. Das ist nice. Riosha oder Rioca. Rioca. Hi. Ja, frag mich mal. Ich bin auch total sprachlos. Wenn du... Wenn du noch mehr sowas sehen willst, dann schauen wir unbedingt mal. Das ist ja jetzt im Rahmen des Wahlheim Community Projekts. Und da gibt's schon... Weiß einer, wie viele Folgen wir schon auf YouTube haben? Ne, nicht auswendig. Und da gibt's schon jede Menge... Oh, schau so, ich mach ja nochmal kurz einen Screenshot. Na, guck mal, die Sonne geht unter. Dann kannst du das auch im Halbdunkeln sehen, ja. Jo. Echt abgefahren. Wenn die Arbeit mit den Schlüsseln... Ich guck mir das mal kurz so unten an. Ja, kann's ja mal gerne machen. Alter. Hast du da quasi, äh... Erst den Objekthalter, äh... Dorthin gebaut, dann den Schlüssel drauf und dann erst die Steinplatten? Oder wie hast du das gemacht? Ja. Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Jetzt muss ich nochmal von oben gucken. Echt krass. Aber ich würd's echt gern mal im Dunkeln sehen. Aber wir können ja mal mitwarten, bis die Sonne komplett untergeht hier. Oh. Kann ja nicht mehr lange dauern. Der sagt ja hier in den ganzen kleinen Häusern, die hier links rumstehen, da sind halt immer die Werkwenke drin, ne? Ja. Sieht aber auch irgendwie cool aus und authentisch. Krasser Scheiß. Leute, die Sonne geht runter. Jetzt kommt Atmosphäre und Stimmung. Und dieses Reh, dieses arme Reh ist völlig verwirrt. Warum rennen diese zwei irren Typen hier rum? Denkt die, äh... Das Reh... Das Reh rennt im... Okay, das ist cool. Du Cheater! Du Cheatest! Aber jetzt, jetzt leuchtet... Und jetzt ist es weg. Jetzt ist uns Wasser gefallen. Jetzt kommt die Brücke langsam. Guckt euch das an. Ich glaube, so beenden wir heute die Folge, Hasco. Indem wir einfach genießen, wie die Sonne untergeht und die Brücke erleuchtet. Was... Was hast du noch so für Projekte, die du eventuell zum späteren Zeitpunkt mal zeigen würdest? Ja, ich hab unter anderem auch eine Burganlage. Aber nicht die, die wir schon mal gesehen haben in deiner allerersten Folge. Huch, ich bin ins Wasser geübt. Von der Drachenburg rede ich nicht, nein. Okay, hast du auch noch... Krass. Also wie vorhin schon ein Zuschauer schrieb, du lebst in Wahlheim. Du hast... Hast du überhaupt noch ein Privatleben? Ja, sicher. Ohne dem geht es auch nicht. Oh, ist das geil. 15 Folgen mit dem heute. Okay. Also die Folge erscheint ja... Die Folge erscheint ja erst am Sonntag. Nee, dann sind 16 oder 14. Das muss ja eine gerade Zahl sein. Wir haben ja immer zwei Folgen gemacht. Ja, dann müsste das wahrscheinlich 16 sein hier. Ja, krass. Also wer da Bock hat, guckt mal ruhig auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es 16 Mal... Wirklich richtig krassen... Krasses Zeug von verschiedenen Zuschauern. Und es ist jedes Mal anders geil. Es ist immer wieder anders geil. Ey, die Brücke ist echt heftig. Das ist ja fast schon... Das ist ja fast schon Science Fiction. Das ist dein Lego-Sandkasten, ja. Also... Man kann... Man kann wirklich in Valheimen sich... sich totbauen. Also wirklich... Man kann so viele Ideen umsetzen und... sich austoben. Das gibt es in keinem anderen Survival-Game. Und ich denke mal, die Entwickler, die haben das auch von Anfang an nicht so gewollt, dass die Leute so abgefahrenen Shit bauen, ne. Wie... Was ich letztens erzählt hatte, diesen... Ähm... Dieses Raumschiff von Star Wars und so. Man kann ja alles nachbauen, irgendwie. Wenn man die richtigen Mittel nimmt. Das ist echt irre. Okay, jetzt gehe ich aber nochmal über die Brücke zu den Sörtlingen. Weil die waren ja hier in dem anderen Bereich. Hier oben... Ach, das ist geil. Guck mal, du läufst gerade durch so einen blauen Nebel. Hier oben geht es eigentlich mit dem Licht, ne. Das ist nur von außen so. Jetzt kommt hier nochmal der Sörtlingen-Bereich. Das ist heftig. Das ist echt cool. Oh, jetzt bin ich runtergeklatscht. Na gut, dann gucken wir es uns nochmal von hier an. Ey, das ist echt geil. Tolle Sache, Hasco. Übelst krass. Also, ich freue mich immer wieder, wenn ich bei dir bin. Du hast echt ne Macke. Na ja, kann sein. Muss man also sagen. Diver, äh, oder... Diver, sorry, dass ich dein Name vielleicht nicht richtig aussage. Spreche. Äh, danke für dein Follow. Und, äh, ja. Dann mach ich mal die Abmoderation für YouTube. Kommst du am besten noch mit hier ins Hauptgebäude, wo du eben auch eingeloggt bist, ne. Ja, genau. Oh, jetzt ist... Da bist nämlich sicher. Jetzt ist richtig dunkel hier. Das ist geil. So, Hauptgebäude. Auf geht's. Aber wenn man hier so an der Seite läuft, sieht man den Schimmer. Krass. Diver, okay. Holy Diver. Es blendet. Es blendet und es dreht sich. Bin ich auf Drogen? Ich quäle es nicht. So, jetzt bin ich hier durch. Jetzt bist du schon wieder weg. Einmal hier drum, um das Gebäude rumlaufen. Ah ja. Hör zu. Hey, Tabu. Oh, da war ja eine halbe Erwittlinger Tiedlung. Die meisten Malheim-Streamer kommen auf den Song. Ja, genau. Ich denke ich immer, sobald ich Diver, irgendwie kommt Holy Diver. So, cool. Dann gucken wir uns... Ich stelle mich hier auf diesen wunderschönen Boden. Freunde. Dann sag ich, hier oben, das Portal kannst du ja schon mal lesen, dann weißt du, wo es nächstes Mal hingeht. Okay, warte, warte, warte. Hasko's Kiffhäuser. Wodansberg. Cool. Kiffhäuser bin ich mal ein Mountainbike-Rennen gefahren. Ein 12-Stunden-Rennen, was zum Glück nur 9 Stunden ging, weil es dann so gepisst hat, dass die Strecke quasi nicht mehr befahrbar war. Und dann haben sie das Rennen abgebrochen. Ja, geil. Hasko, ich danke dir tausend Mal. Ich freue mich auf den nächsten Besuch. Ja, gerne, immer. Und, ja. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, kommentiert. Ich hoffe, ihr habt die Stufen gezählt. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare, wie viele Stufen ihr gezählt habt. Und... Kann ich aber nächstes Mal machen. Ja, nee, mach du... Da brauchst du bestimmt... Da hast du nochmal 1000 Stunden nur fürs Stufenzählen. Das macht nix. Geiler Shit. YouTube, haut rein. Bis in zwei Wochen. Ciao.